Du sitzt drüber mit deiner Kamera ins Hoppen und der Trainer, der würzt dich eben ab, um eine Erdnis zu kriegen. Mensch, bringe ihn doch mal ein Räscher raus, aber mach doch mal Hopp Hopp Mensch! Hopp, die bringt endlich die Räscher im Rad und holt ab! Jetzt hör endlich auf zu filmen da drinnen! Jetzt hast du dein kein Mitleid, nun lässt er sich schon filmen von dir im Regen. Bring ihn doch mal endlich das Räscher rein! Musik 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 Schneller, hopp, hopp. Schau mal an, ihr Bele könnt ja auch schneller, wa? Also, macht mal ein bisschen weiter so, hopp, hopp. Und dann machen wir noch... Weiß nicht, seid ihr Bele Frauen? Der Sand sagt, der bewegt sich da ja nicht. Und haut da mal richtig hin, volle P...